Servus zum Rückblick auf die Betrugsnachrichten in Kalenderwoche 15. Ab sofort findest du in der Videobeschreibung zu den üblichen Quellenangaben auch Referenzvideos und eine Liste der von mir in der entsprechenden Woche veröffentlichten Videos. Vielleicht ist ja auch für dich was dabei, das du noch nicht gesehen hast. Dann gehen wir nach dem Intro gleich mal rein in die News. Am Montag ging es gleich mal um Milliarden. Eine Kryptofirma und deren Gründer mit dem klingenden Namen Doquan werden für den Kollaps ihrer Kryptowährung und den dadurch entstandenen finanziellen Schaden von 40 Milliarden Dollar verantwortlich gemacht. USA und Südkorea wollen nun beide die Auslieferung Quants durch Montenegro, weil der Junge dort wegen Benutzung gefälschter Dokumente im Gefängnis sitzt. Ich denke, der Südkoreaner hat nicht mehr viel Spaß in seinem Leben vor sich. Ebenfalls am Montag berichtet Wall Street Online über ein Interview, welches Expedia Chairman Barry Diller einem amerikanischen Fernsehsender gegeben hat. Darin stempelt er Trump Media als Betrug ab und die Käufer der entsprechenden Aktien seien Idioten. Dazu kann ich nur sagen, dass die Wortwahl bezüglich der Aktienkäufer vielleicht nicht vom Feinsten war. Die Wortkombination Trump und Betrug aber nicht besonders überrascht aufgrund vieler Vorkommnisse in der Vergangenheit. Da kommt sicher auch noch einiges in Sachen Betrug auf uns zu. Ich halte dich gerne informiert. Und noch ein drittes Mal Montag. Da habe ich bei Tarnkappe Info gelesen, dass Google App-Entwickler wegen Kryptoanlagebetrug verklagen will. Seit 2019 haben immer wieder betrügerische Apps ihren Weg in Googles App Store gefunden und das kann ein Unternehmen wie Google nicht auf sich sitzen lassen. Hier findet sich der Begriff des Schweineschlachtens wieder. Dazu verlinke ich dir mein Video in der Beschreibung. Betrifft übrigens nicht nur Google, die gehen jetzt aber massiv dagegen vor. Gehen wir weiter zum Dienstag. Da schreibt die Krone von einem Bankangestellten, der Geld von Kundenkonten abgezweigt hat. Um das zu verschleiern, hat er selbst Kontoauszüge gefälscht, welche ein entsprechendes Guthaben ausweisen, obwohl das Konto schon leer geräumt ist. Was hat der Kollege gedacht, wie lange das gut geht? Die Tour ist doch zum Auffliegen verurteilt. Fast lustig finde ich die Frage, ob die Kunden etwa auf dem Schaden sitzen bleiben. Ich kann nur meine Meinung dazu sagen. Der Betrug ist von einem Angestellten der Bank, in den Räumen der Bank, von Konten bei der Bank passiert. Also denke ich, dass die Bank für den Schaden gerade stehen muss, sie kann sich dann ja beim eigenen Angestellten schadlos halten. Oder sehe ich da etwas falsch? Kannst du mir deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben, würde mich wirklich interessieren. Danke dafür! Ein besonders cleveres Ehepaar habe ich am Dienstag auf der Seite des NDR gefunden. Die haben beim Shopping bei Kleidungsstücken die Preisetiketten ausgetauscht oder Rabattaufkleber angebracht, um dadurch an der Kasse weniger zu bezahlen. Für den Schaden von mehr als 10.000 Euro wurden sie nun zu bedingten Haftstrafen und einer Geldstrafe verurteilt. Gut gemacht! Shopping Queen & King Seit Dienstag wissen wir auch, wo die Ungarn ihren Wein lagern. Zumindest ein Teil davon kommt in die gestohlenen Weintanks aus Niederösterreich und dem Burgenland. Drei ungarische Staatsbürger hatten vorgetäuscht, Weintanks kaufen zu wollen, hatten diese auch verladen und abtransportiert. Das angeblich überwiesene Geld dafür kam aber nie an. Na Prost! Die kleine Zeitung erzählt uns dann auch noch am Dienstag von einem Betrugsfall in Kärnten, wo eine Dachdeckerfirma Geld von einer Versicherung kassiert hat, um bei deren Kunden eine Dachreparatur durchzuführen. Ja, der Dachdecker hat vorab kassiert und ist dann mit dem Geld verschwunden. Die Arbeiten am Dach wurden nie begonnen. Liebe Leute! Am Mittwoch wird wieder von einem Fall berichtet, wo eine betagte Dame Bargeld und Goldmünzen an Betrüger übergeben hat. Sie ist einem Klassiker zum Opfer gefallen. Die Tochter soll einen Verkehrsunfall gehabt haben und könne nur gegen Kaution freigelassen werden. Und die Dame hat brav bezahlt. Ich bitte euch! Klärt die euch bekannten und verwandten Senioren auf. Gerne auch mit meinem Video, welches ich zu diesem Thema schon gemacht habe. Ich hab's euch unten beim Artikel verlinkt. Thailand-Fans müssen jetzt stark sein. Am Donnerstag wurde berichtet, dass die thailändische Polizei die Betrugsstatistik für das erste Quartal herausgegeben hat. Demnach wurden in den drei Monaten mehr als 26.000 Betrugsfälle registriert, wodurch sich ein ergaunerter Betrag von 149 Millionen Barth pro Tag ergibt. Ja, pro Tag. Und das sind etwa 3,8 Millionen Euro. Pro Tag. Kredit-, Anlage- und Callcenter-Betrügereien funktionieren anscheinend noch sehr gut in Thailand. Zum Abschluss muss ich noch einen Bericht vom Freitag kommentieren. Die Schweinerei an dieser Geschichte hat zwei traurige Teile. Zum einen wurde hier eine demente Frau übers Ohr gehauen. Zum anderen von Personen, welchen man eigentlich sein Vertrauen schenken können sollte. Rechtsanwalt, Notar und Sachverständiger sollten die letzten sein, von denen man Betrug erwarten kann. Trotzdem wurde hier eine kranke Frau, welche zum Zeitpunkt des Betrugs schon nicht mehr geschäftsfähig war, abgezogen. Der Frau wurden Unterschriften abgeluchst, mit denen sie ihr Hab und Gut inklusive größerer Ländereien, Betrügern überschreiben bzw. vererben sollte. Verträge von einer Rechtsanwaltskanzlei erstellt und vom Notar beglaubigt, obwohl allen die Demenzerkrankung und die dadurch fehlende Geschäftsfähigkeit bekannt war. Aber jetzt stehen wenigstens alle vor dem Richter und das ist gut so. Das war es dann wieder mit dem Rückblick auf diese Woche. Eigentlich schade, dass es so viel über Betrügereien zu berichten gibt. Aber ich denke, dass wir alle einen positiven Teil beitragen, wenn wir andere aufklären und warnen. Ich wünsche dir jedenfalls eine betrugsfreie Zeit, sage Danke fürs Zusehen und Servus bis zum nächsten Video.